Nein, sagen ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Aber es geht darum, Grenzformen zu entwickeln, die funktionieren. Dazu gehört Klarkrenzen oder Abgrenzen oder Ablösen. Was sind da die Unterschiede und wie helfen die, dein Leben besser zu gestalten? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von und mit Silke Fritsche. Ganz viel Freude damit.